Der VfB Stuttgart konnte sein Comeback in der Champions League bei Real Madrid trotz 3 zu 1 Niederlage auf Augenhöhe bestreiten und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das gelungen ist und was letztendlich dennoch den Ausschlag in Richtung der Königlichen gegeben hat. Hinsichtlich der grundlegenden Spielidee haben sich beide Mannschaften in dem Spiel tatsächlich relativ geähnelt, schauen wir aber zunächst einmal, was der VfB gemacht hat. Strukturell war das ein 4-2-3-1 als Grundformation, aber mit Ball war es dann meistens dieser 4-2-Aufbau, dann vorne zwei Spitzen, die aber meistens eher hängend agiert haben, dementsprechend die Innenverteidiger etwas herausgezogen haben, die nach vorne verteidigen mussten und die Flügel ganz weit draußen, aber auch höher wie die Stürmer platziert. Real hingegen hat gegen den Ball in einem 4-4-2 agiert und was diese Herangehensweise des VfB so anrichten konnte, schauen wir uns in den nächsten Szenen an. Zunächst einmal, Real hat es auch häufiger hoch gepresst, nicht ganz so oft wie der VfB, aber hin und wieder schon auch sehr hoch zugestellt. Dann auch mannorientiert, sieht man hier, da sind alle Anspielstationen im 4-2-Aufbau zugestellt. Von den jeweiligen sechs Spielern von Real, man nimmt hier auch ganz klar die Doppelsex ein, denn die ist beim VfB essentiell, da schiebt auch Sechser Juameni hoch, Bellingham ebenfalls und Valverde ist dann meistens eine Reihe vorgeschoben, um neben Mbappé die erste Anlaufreihe zu bilden. Der VfB ist sich seiner Spielweise durchaus treu geblieben, hat sich immer wieder versucht, auch flach hinten rauszuspielen, auch wenn man gegen Real gespielt hat. Klar gab es hin und wieder auch mal lange Bälle, aber das war schon so, dass man sich hier nicht unbedingt an den Gegner angepasst hat und einfach seinen Stiefel runtergespielt hat. Was das dann eben anrichten konnte, sieht man hier zum Beispiel, beziehungsweise zumindest mal was für Räume es kreieren konnte. Dadurch, dass die zwei Spitzen mit Undaf und Mio sich meistens etwas tiefer platzieren, hat es halt einfach Raum zentral in der Abwehr quasi neben den Außenverteidigern kreiert, denn die Real Innenverteidiger haben meistens rausverteidigt mit Rüdiger und Cavaral. Somit hat es diesen Raum geöffnet, der potenziell eine Gefahr dargestellt hat, sobald man Real Madrid vorne überspielt hat. Gleiches Muster hier, auch wenn es ein langer Ball ist. Vorne sind die Pressing-Spieler überspielt und der Aufbau vom VfB. Somit hast du hier eine 4 gegen 4 Situation, wenn du den Ball irgendwie festmachen kannst und halt eben dieser Raum zentral zwischen den Außenverteidigern ist geöffnet. Stuttgart war aber natürlich durchaus flexibel in der Spielweise, dann hat sich zum Beispiel auch mal stiller wie hier fallen lassen. Dementsprechend hat sich auch Mio von vorne fallen lassen, aber ein Mittelstedt ist dann nach vorne in die letzte Linie geschoben. Somit hast du halt immer da 4 Spieler in der letzten Kette gehabt, um halt eben auch die Realspieler zu binden. Da war man sehr flexibel. Mio spielt dann raus auf Führig und du bist da eben außen am Ball. Ich habe es vorhin gesagt, dass wenn man das Spiel von hinten heraus eröffnet, hat die Flügel ziemlich breit draußen standen und auch ziemlich hoch. Hin und wieder hat man sie dann aber auch bewusst ins Zentrum geschoben, somit den Raum auf außen geöffnet, in den dann potenziell die Außenverteidiger hätten hinein starten können, wenn man eben den Ball nach vorne bekommt. In dem Fall ist es mal ein langer Ball von Nübel auf Mio, der sich fallen lässt. Man sieht hier auch ganz gut Kavaral, der ja in dem Spiel zunächst Innenverteidiger war, verfolgt ihn, öffnet somit auch den Raum hinten, dass man da eben in einer 3 gegen 3 Situation ist. Rüdiger sieht man hier jetzt zwar nicht. Und wie gesagt, die Flügel schieben nach innen, um außen den Raum zu öffnen für die Außenverteidiger. In dem Fall schafft man das zwar nicht, das auszunutzen, aber hier zum Beispiel ist eine Szene. Leveling zieht mit Tempo nach innen, zieht Mondi mit sich mit, öffnet somit den Raum für Wagnumann, der dann da eben außen frei ist, weil auch Vini Jr. nicht mit nach hinten verteidigt, bleibt da eben in der zweiten Pressinglinie und schiebt nicht mit nach hinten. Genau das, sein mangelndes Defensivverhalten, konnte man auch hier wieder ausnutzen. Da läuft er zwar erstmal mit, geht dann aber nicht wirklich mit nach hinten. Der VfB hat das Pressing vorne überspielt, verlagert es dann raus auf Leveling, der nach innen geschoben ist, außen den Raum für Wagnumann geöffnet hat, den er dann außen anspielt. Sie spielen es dann aus in einer 2 gegen 2 Situation hier. Wagnumann ist außen durch, hat einen Durchbruch erzielt, scheitert dann aber an Courtois. Auch hier haben wir nochmal einen langen Ball, wo zunächst Real vorne hoch gepresst hat, haben es dann aber hinten mit der Zeit besser in den Griff bekommen. Hier zum Beispiel schiebt der Rechtsverteidiger raus auf den Stürmer, der sich fallen lässt, auf Unterf glaube ich. Dann kommt der Ball dennoch zu führig auf außen. Rüdiger ist dann aber im Zentrum zur Stelle und so hat man halt eher den Flügelpreis gegeben, dafür aber das Zentrum dicht gehalten, beziehungsweise da halt noch eine Absicherung gehabt. Auch wenn es der VfB dann gut ausspielt, führe ich spiele dann rüber auf Leveling, der hier wirklich einen sehr guten Abschluss hat und fast den Ausgleich erzielt. In der Szene wird nochmal sehr gut ersichtlich, was diese Struktur wirklich bezweckt hat auf Seiten des VfB. Vorne sind sie wieder zugestellt, Nübel ist der freie Mann am Ball, spielt dann eine der hängenden Spitzen an, flach mit Undaf ins Zentrum vorne rein. Der wiederum bekommt dann Druck von Rüdiger, der rausschiebt, spielt es aber One-Touch raus auf Leveling, der kommt dann gerade noch so vor Mondi an dem Ball, hat außen einen Durchbruch, bekommt dann auch die Unterstützung von Wagnumann, da er eben den Flügel geöffnet hat, er zentral stand und so kam man wieder relativ leicht ins letzte Drittel, auch weil Vini Junior hier wieder überhaupt nicht nach hinten mit verteidigt. Grundsätzlich hat es der VfB immer wieder geschafft, das Pressing von Real gut zu überspielen, waren da sehr komfortabel drin und ich meine, sie haben auch einfach ein gutes Aufbauspiel und haben das genutzt. Hier zum Beispiel löst sich Stiller gut im Rücken von Bellingham, einfacher Pass auf ihn, er spielt raus auf Wagnumann, letztendlich kann er den Ball nach vorne treiben, bringt die Flanke, die durchrutscht zu Führig und irgendwie über Umwege kommt der Ball dann wieder raus auf Leveling, der hier den ersten gefährlichen Abschluss im Spiel hatte nach zwei Minuten. Wenn man nach vorne kam, hat man es auch einfach gut gemacht. Hier zum Beispiel Mio lässt sich fallen, Karasor zieht raus auf den Flügel, dementsprechend hast du hier mit Wagnumann eine 3 gegen 2 Überzahl gegen die zwei Realspieler, bildest ein Dreieck und kannst so die Überzahl relativ leicht ausspielen und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ansonsten, wenn Real etwas tiefer stand, was dann hin und wieder auch der Fall war, weil sie ja schon gemerkt haben, gut, der VfB kam immer wieder in Umschaltsituationen aus dem eigenen Ballbesitz heraus, wenn Real eben hochgepresst hat. Dann hat man es auch hin und wieder gut ausgespielt. Hier Stiller auf Führig, der wieder eingerückt ist, Mittelstedt besetzt die Breite, Führig direkt weiter auf Undaf, steht leicht im Abseits, der dann wieder auf Stiller leitet, der dann das 1 gegen 1 gegen Courtois hat und das war auf jeden Fall sehr gut gespielt, auch wenn es letztendlich Abseits war und Courtois wieder mal gehalten hat, also der hat wieder überragend gehalten, da hatte der VfB sich einige Chancen herausgespielt, die er dann vereitelt hat. Das war jetzt zum Beispiel eine positive Szene, wenn Real mal etwas tiefer stand, aber grundsätzlich muss man schon festhalten, dass es dem VfB eher gelungen ist, zu Chancen zu kommen, wenn Real hochgepresst hat und man sie dann relativ leicht überspielen konnte. Wenn Real dann etwas tiefer, wie hier im 4-4-2-Mittelfeldpressing stand, dann hat man sich schon eher schwer getan. Klar, hin und wieder hat man Lösungen gefunden, aber ich glaube, es lag ihnen eher, wenn sie hochgepresst wurden und dann das Pressing überspielen konnten. Betrachten wir nun, was Real Madrid im Ballbesitz gemacht hat und der VfB gegen den Ball, so hat er sich gar nicht mal so arg davon unterschieden, was auf anderer Seite der Fall war. Man hatte ebenfalls einen Vierer-Aufbau im Mittelfeld, mal zwei, mal drei Spieler, Bellingham, der sich etwas fallen ließ und vor allem auch zwei breite, sehr hohe Flügelspieler, wie auch auf Seiten des VfB und auch das Pressing-Schema war quasi das gleiche, auch Mann bezogen, Mann gegen Mann aus einem 4-4-2 heraus. Real war auch im Mittelfeld genauso flexibel, mal hat sich Chouameni fallen lassen, mal war er der Sechser, mal hatte man eine Doppel-Sechs mit ihm, Valverde oder Bellingham, mal zwei klare Achter, da war man sehr flexibel und das hat es auch für den VfB schwer gemacht, das zu verteidigen. Vor allem dieser freie Zehner war meistens ein Problem, beziehungsweise meistens Valverde, aber auch wie hier Bellingham, das sieht man auch später noch in den Bildern und halt eben auch in dieser Szene, das ist direkt der Ampfiff zur zweiten Halbzeit, als Real ja dann auch gleich in Führung gegangen ist. Wir schauen mal eins weiter. Der VfB, muss man hier loben, hat es gut zugestellt, vorne alle Anspielstationen zu, Chouameni sucht dann den Ausweg mit dem langen Pass nach vorne auf den Flügel, der ist dann natürlich auch überragend gespielt. Problem ist hier einerseits, dass Bellingham gerade im Moment des Passes nach vorne rückt und auch Chabot dann im genau falschen Moment rausrückt und so ein bisschen das Zentrum öffnet. Man könnte fast sagen, man wurde hier mit den eigenen Waffen geschlagen, dann kommt der Pass, Mittelstädt unterläuft den, Rodrigo ist außen durch und wahrscheinlich wäre Chabot auch so nicht mehr hinterher gekommen, weil da einfach das Tempo fehlt, aber er wäre einfach der nächste Spieler zu Rodrigo gewesen, somit war der Raum komplett offen. Auf der anderen Seite sind Rouault und Wagnumann an Mbappé, aber die können da auch überhaupt nicht mithalten, so legt Rodrigo quer und Mbappé erzielt das 1 zu 0. Aber dieser freie Achter, freie Zehner war immer wieder ein Problem. Hier haben wir wieder den VfB, der hochpresst. Da muss man auch sagen, sie haben deutlich mehr hochgepresst wie Real, die haben es hin und wieder gemacht, haben sich dann aber auch mal fallen lassen. Der VfB hatte fast immer hohen Druck auf den Ball, hatte da auch hin und wieder Ballgewinne, aus denen Chancen resultiert sind. Also das hatte auf der einen Seite auf jeden Fall einen großen Nutzen. Man konnte daraus Chancen kreieren, den Ball auch hin und wieder zurückerobern und dann eben hinten kontrollieren. Aber es bot halt auch ein Risiko. Hier hat man auch wieder relativ gut Druck auf dem Ball. Aber Valverde ist hier halt der freie Mann. Führig ist in dem Fall eigentlich für den Linksverteidiger zuständig. Man hat es dann aber meistens auch gut gemacht, dass man relativ ballorientiert dann auch auf die jeweilige Seite verschoben hat, wo der Ball war. Dementsprechend war Führig hier nicht allzu weit weg von Valverde. Aber Real hat es dann doch hin und wieder geschafft, diesen freien Spieler zu finden und dann auch in Szene zu setzen, wenn er Platz hatte. Dementsprechend, wenn wir uns hier anschauen, welche Spieler die progressivsten waren, über Pässe, aber auch über balltragende Läufe, so ist Valverde vor allem bei den balltragenden Läufen vorne dabei, weil er immer wieder den Ball bekommen hat, dann nach vorne treiben konnte. Wir sehen aber auch, Vini Junior und Rodrigo sind hier vorne mit dabei, weil Real immer wieder die Flügel gut in Szene gesetzt hat. Dazu kommen wir später noch. Andererseits, was das Passspiel angeht, waren Stiller und Carasor, die Doppelsechs des VfB, wirklich die besten Spieler im Spiel. Auch wenn Real versucht hat, sie immer wieder rauszunehmen, haben sie es dennoch geschafft, immer wieder das Spiel gut aufzubauen, sieht man jetzt hier. Aber kehren wir zurück zu Real im Ballbesitz. Und wie der VfB dann über den Verlauf des Spiels versucht hat, diesen freien Spieler immer wieder aufzunehmen, sodass er nicht diesen Platz hatte, den er zunächst auch mal hin und wieder hatte. In dem Fall wieder Valverde. Und man hat es so gelöst, dass der linke Innenverteidiger Chabot immer wieder rausgerückt ist, aus der Abwehrreihe auf ihn drauf, um dann dementsprechend Druck auszuüben. Das hat natürlich hinter ihm eine Lücke hinterlassen, die man potenziell hätte ausnutzen können, was Real in anderen Szenen dann auch hin und wieder geschafft hat. Hier zum Beispiel Valverde bekommt den Ball, hat direkt Gegnerdruck von Chabot, der rausgerückt ist, passt dann aber an ihm vorbei auf Rodrigo, der eingerückt ist. Mittelstädt schiebt auf den. Dennoch schafft er es, den Ball dann lang rauszuspielen auf Valverde, der außen den Raum nutzt, der dadurch frei ist, dass sowohl Mittelstädt als auch Chabot rausgerückt sind. Auch Mbappé läuft parallel ein, allerdings kann es der VfB hinten dann dennoch noch klären. Gleiches Muster in der Szene, Bellingham bekommt den Ball zwischen den Linien, Chabot rückt raus. Da muss man auch sagen, der VfB hat es ja vorne gepresst, sowohl mit Stiller als auch Karasor. Dementsprechend war der Sechserraum häufig geöffnet und wenn Real das Pressing überspielt hat, konnten sie halt eben den freien Spieler zwischen den Linien finden, sei es Bellingham oder Valverde. In dem Fall Bellingham, der sich gegen Chabot durchsetzen kann und dann auf Cavaral rausspielt. Und genau so kam dann auch Real Madrid in diese künstlichen Umschaltsituationen. Also aus dem eigenen Ballbesitz heraus, wenn man hoch gepresst wird und das Pressing überspielt, dann eben nach vorne in konterartige Situationen, was dem VfB ja selbst gut gelungen ist, aber auch Real Madrid, da beide Mannschaften meistens hoch gepresst haben und dementsprechend war das so ein offenes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und Real hatte schon ein sehr flügellastiges Spiel, haben immer wieder versucht, über den Flügel Durchbrüche zu erzielen und dann ins Zentrum zu kommen. Hier haben wir zum Beispiel auch mal Schuameni, der sich fallen lässt, somit ein Dreieraufbau, um einfach eine Überzahl gegen die zwei ersten Anläufer vom VfB zu haben. Das Muster haben wir aber auch auf der anderen Seite gesehen, wenn Real anlief und Stiller oder Karasor sich in die erste Aufbaulinie fallen ließen. Generell, wie gesagt, eine sehr ähnliche Spielanlage von beiden Mannschaften. Real hingegen dann sehr häufig mit diesen Seitenverlagerungen. Hier Kavaral raus auf Vini Jr. Der kam dann an den Ball, Wagnumann ist auf ihn rausgeschoben. Somit konnte Mbappé in dessen Rücken einstarten, war dann in einem 1 gegen 1 gegen Rouault, ist vorbeigezogen ins Zentrum und hatte eine der besten Chancen in der ersten Halbzeit, ist aber an Alex Nübel gescheitert. Auch hier erzielt Real wieder einen Durchbruch über außen. Rodrigo spielt auf Vazquez, der hier zunächst durch eine gute Gegenbewegung Führig stehen lässt. Rodrigo startet dann selbst in die Tiefe, wird von Vazquez geschickt. Sein Gegenspieler ist dann eben Führig, dadurch, dass die VfB-Spieler übergeben haben. Führig rennt hinterher, kommt hinten ins 1 gegen 1, kann das natürlich nicht ganz so gut verteidigen. Rodrigo ist also außen durch und die Hereingabe kommt gerade so nicht zu Mbappé. Aber das hatte man hin und wieder, dass sich zwei Spieler von Real wirklich sehr gut verstanden haben, wie sie miteinander spielen müssen und dann halt eben auch selbst im freien Raum anspielen können. Hier zum Beispiel Bellingham auf Mbappé, der lässt direkt klatschen in seinen Lauf seitlich und Bellingham bekommt ihn dann wieder, wartet aber, bis Chabot auf ihn rauszieht, ob das jetzt bewusst war oder nicht, ist egal, passt dann raus auf Rodrigo, der geht an Mittelstadt vorbei, ins Zentrum, weil da ja auch der Raum gewissermaßen frei ist, da Chabot nach vorne rausgezogen ist, bekommt dann den Abschluss wirklich sehr gefährlich, gute Chance, aber Stiller bekommt gerade noch so das Bein rein. Real hat auch immer wieder vor diesen Seitenverlagerungen die Ballferne-Seite tatsächlich überladen und dann bewusst in diesen Raum verlagert, indem man eine Überzahl hatte, hier zum Beispiel Rüdiger auf die rechte Seite, 3 gegen 2 Überzahl, wo man es dann eben auf dem Flügel ausspielen kann oder dann auch hier wieder 2 Spiele auf dem Flügel mit Rechtsverteidiger und Flügel, man kann das da dann gut ausspielen, weil man einfach in Überzahl ist, kann auch abwarten, bis die anderen Mitspieler aufgerückt sind, in dem Fall Vinny Junior, der dann im Zentrum den Ball bekommt und an die Latte setzt. Das soweit zur Herangehensweise beider Mannschaften, war schon recht ausführlich, aber man kann festhalten, das war schon recht ähnlich, wie sie das Spiel angegangen sind, klar beide Mannschaften noch ein bisschen ihren Stärken entsprechend, aber in der Grundidee war es schon recht ähnlich und hat dementsprechend ein sehr offenes Spiel ermöglicht, mit Chancen auf beiden Seiten, die auch qualitativ sehr ausgeglichen waren, Real ist dann wiederum in Führung gegangen, aber der VfB hat verdientermaßen, wenn wir jetzt mal zum Spielverlauf zurückkehren, den Ausgleich erzielt und nach einer Ecke Standardsituation gut ausgenutzt, weil man halt eben immer wieder vorne war, hat sich die Ecke verdientermaßen herausgeholt und ist so dann auch zum Ausgleich gekommen, der definitiv verdient war. Allerdings, Real ist natürlich Real und auch die können Eckballtore erzielen, was dann ein Rüdiger gemacht hat und so war der VfB dann wieder gefragt, hat es aber nicht mehr wirklich hinbekommen, sich Chancen herauszuspielen, weil Real es dann halt auch klug gemacht hat, standen fast nur noch im Mittelfeldpressing oder ja, fast noch tiefer, wie wir hier sehen können. Da hat man hinten die Viererkette, aber auch beide Flügelspieler, die mit nach hinten verteidigt haben, um die gegnerischen Außenverteidiger aufzunehmen, die dann relativ hoch standen und dann hat der VfB sich schwergetan, nochmal Lösungen zu finden, denn wie gesagt, die besten Chancen hatte man vor allem nach eigenem Aufbauspiel, wenn man das Pressing von Real überspielen konnte, weil sie die auch Raum hinter der Abwehr angeboten haben, den man ausnutzen konnte. Das war dann gegen Ende nicht mehr der Fall und so hat man sich kaum noch was herausgespielt. VfB macht alles auf hinten, wollten halt unbedingt den Ausgleich. Dementsprechend erzielt Real über Endrick, über einen Konter noch das 3 zu 1 und erneut, wie auch beim 2 zu 1, sieht Alex Nübel nicht gut aus als Torhüter. Da will ich ihm jetzt gar keinen allzu großen Vorwurf machen, denn er hat ansonsten ein gutes Spiel gemacht, den VfB oft noch im Spiel gehalten. Aber worauf ich hinaus will, ist einfach die fehlende individuelle Qualität, denn man hat hier ein komplett ausgeglichenes Spiel gespielt. Letztendlich entscheidet dann aber genau diese individuelle Qualität, die bei Real einfach deutlich höher ist, sowohl was den Torhüter angeht, als auch die Abschlussspieler vorne. Und ich glaube, das hat letztendlich den Unterschied gemacht, neben dem typischen Real-Phänomen, dass sie einfach hinten zahlreiche Chancen zulassen können, ohne Gegentore zu bekommen und dann vorne halt einfach reißkalt sind. Und der grundsätzlichen Situation, dass der VfB hier auswärts bei Real Madrid gespielt hat, das erste Mal Champions League seit langem, zuvor eigentlich eine Mannschaft, die jahrelang im Abstiegskampf war, das ist dann einfach, ja, auch mental schwierig zu handeln. Und dafür haben sie es extrem gut gemacht und verdienen auf jeden Fall ein sehr großes Lob. Wirklich Deutschland gut vertreten in dem Spiel, da kann man nur Respekt zollen. Das soweit meine Analyse zum Champions-Sieg-Kracher zwischen dem VfB und Real Madrid. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Analyse, eure Erkenntnisse zum Spiel unten in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!